Yo meine Kartoffelfreunde und Willkommen zu der nächsten Folge von Eating Chips with Tobra and Lovely Potato Digga, ich hab den Chip voll zer- verfrä- ah Schluck das schon mal runter du Bastard Digga, deine Mutter schluckt euch Ein Glas Nein, gleich nicht ein Glas Ich weiß Wo gehst du schon hin, Brudi? Da kommen wir doch her Ich will Grauschen mitnehmen, Wichser Also ich möchte jetzt nicht sagen, Leute, aber es tut uns wirklich so leid, aber das hat sich jetzt so eingebürgert, aber hier kommen wir her, du Wichser, Alter Ja auch, aber wir sind von da, wir sind von da gekommen und sind aus noch im Alter Also, wir sind schon so Was machst du denn? Komm her jetzt Das sieht so geil aus Nein, da geht's hoch, ich will nicht hoch Ab in die Lava Ich will Diamanten finden Wir sind eigentlich so auf der richtigen Höhe Ich mein, das ganz echt, das kann doch nicht sein, dass ihr so spielt und so sehr hasst, oh mein Gott, oh meine Fresse, Alter Irgendwo hier müssen nur Diamanten sein, das ist doch nicht normal, oder? Ich baue mal den, den See hier zu Ja Wir sind unterm Wasser Hier war garantiert, ich mein, wir haben auch eben schon zu Domse gesagt und Dörlit und Co. Wir sind unauffindbar, also diesmal finden sie und töten sie uns nicht Laufs Oh fuck Was? Es ist dunkel Ja, da mach ne scheiß Ding hin 64 Fackeln, müsste erstmal reichen Ich hab keine Diamanten gefunden Ich kann mir dein Gesicht so genau vorstellen Hm? Hast du, hä, hatte ich grad Disconnect? Ne Was hab ich eben gesagt? Keine Ahnung, du kannst mir, du kannst dir mein Gesicht vorstellen Ne, davor hab ich was gesagt, ich meinte, ich hab keine Diamanten gefunden Achso, ne, darauf hab ich gar nicht reagiert Achso, oh, schade War mir egal, so, ich hab jetzt selber wieder welche Hier sind Fackeln irgendwo, äh, da sind unter die, äh, bei dem See, da sind Diamanten Hoffen wir jetzt Ich würde mein linkes Ei verwetten, Alter, ohne Witz Oh! Da hab ich doch grad zugebaut Ja, nein, ich will, dass man hier rüber laufen kann Kann man doch Geh weg von mir, nicht, dass ich dich in die Lava schlage, ne? Nicht, dass ich dich in die Lava schlag Wichserhaft, die du grad bist Nee, ohne Scheiß, also entweder darüber, also, hier in diesem See sind Diamanten Das ist mir aber, um ehrlich zu sein, zu riskant Lass uns mal hier oben hochbauen Stripmine Jetzt bau dich doch da rüber, Alter Nein, ich, das ist mir zu riskant Wenn wir das Leben verlieren, dann sind meine ganzen Sachen weg Und das ist auch, ich hab ordentlich was Ich baue mich hier oben jetzt lang Und baue mich dann darüber, wo ich hin muss Stripmining Ja, wiss ich, weiß, wiss ich Ich bin hinter dir, ne? Scheiße, ich hab noch zwei Holz Wir können uns kein Werkzeug machen, ne? Kein extra Werkzeug Fuck! Ich hab gar keine Stacks mehr Ah, warte, ich hab noch Ficht-Nolz, aber das kann ich kurz zu Stacks machen, wenn du willst Ja, gleich Hab ich schon Okay, okay 40 und 64 Ah, war das grad laut, was war das? Keine Ahnung, es war irgendwas bei dir? Google.de möchte ihr Mikrofon verwenden Fick dich Ah, ja Ne, kam grad wirklich da Oh, Eisen Aber warum auch immer es das möchte Mitten in der Aufnahme, ne? Google dachte so, oh geil Den nehmen wir mal mit auf Pass auf, Digi Bau mich doch hier nicht ab Nicht abbauen, wenn der andere in der Nähe ist, ohne Scheiß Ich habe so Angst Dass einer den anderen da reinhaut, ne? Alter, ich hab so Panik hier grad reinzufallen, ne? Ohne Witz Glaub ich dir Glaub ich dir aufs Wort Strip Habe mal auf zu strip meinen Wahrscheinlich wenn ich die zwei Erdblöcke noch abbaue Pfff Machen ist mir egal, ich hab ja noch Eisen gefunden Wer ist jetzt die Pussy? Alles klar, die erscheinen sich wieder getroffen zu haben Ja, ich wollte ja sagen Bau dich nicht nach unten, Alex Ja, ja, nö, ich hab schloss dir Hier ist überall lava Ich lauf dir nur hinterher Wir haben uns nur eine bessere Position gesucht Ihr segelt einfach weg Fuck Ich hab jetzt ein 64er Stack Eisen, ne? Wir brauchen aber mehr Gunpowder Ich hab 23 Deck mir mal bitte den Rücken Wegen, ähm, wegen Creepern, Skeletten, irgendwas Ich denk nicht, dass hier was kommt Alex? Hm? Deck mir den Rücken Ja, ich bin hinter dir Du Wichser Ich liebe das Ich weiß Hab ich heut schon gemerkt Nein, wir strippen einen nicht Wir versuchen nur diesen scheiß Lavasee zu umgehen Und tadaaa Es hat sogar funktioniert LOL Neue Höhle Creeper Sicker Shit, Alter, komm her Komm her Komm Komm Ihr put, ihr put Ja Schießpulver Sehr cool Also langsam kriegen wir richtig sickes Equipment hier wieder zusammen Wenn wir jetzt noch Diamanten finden, dann sind wir besser equipped als die ноч лет Sind wir besser equipped als die anderen Und dazu vorher Gleich kommen wir in den World Border Pass auf, weil wir zu weit außen sind Ne Ich hab noch mehr Eisen gefunden hier So Mein Freund Hier ist irgendwo ne Höhle Ich meine, aber das kann doch nicht sein, dass wir schon wieder da keine Diamanten gefunden haben, oder? Ohne Witz, Alter, das ist noch nicht witzig. Witzer. Ja, wir sind auch wieder viel zu hoch. Ich weiß, mittlerweile sind wir wieder viel zu hoch, aber nur, weil ich hier den Gang mal rumrenne, hier hin und her renne. Okay, da oben geht's nur noch hoch, ist egal. Weißt du eigentlich, dass wir unter dem Meer sind und wir fast nicht mehr das Land sehen, wenn du die Karte groß gehst? Machst? Ja. Ich merk's. Ja, müssen wir weitergehen. Boah, das Wasser kommt weg. Das Wasser kommt weg. Und irgendwo hier ist ein Zombie, der muss da sein. Ja. Da. Okay, leck mich. Das Gold nehm ich hier kurz mit. So. Habt das schon bevor wir welches übersehen? Ja, das ist ja nicht... Ist ja egal. Sind ja alles nur blöde Wichser hier. Pass auf, Gerdasche, genau. Da ist der Lavasee. Ich versuch mal mit Optifine hier so ein bisschen den Überblick zu verschaffen. Da waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal hier lang, Bruder. Ab in die Lava. Ja, ich will diese Diamanten haben. Weiß. Hier muss doch irgendwo... Oh. Oh. Was? Dillie das tot. Da war nicht. Guck doch unten rechts. Oh. Wir halten uns da jetzt ganz schön raus. Ohne Witz. Ey, aber... Ich wär gespannt, wenn das jetzt noch weitergeht. Komm. Oh, ich hab noch Chips gefunden hier. Warte. Mal ein bisschen anstacheln, dass sie sich gegenseitig töten sollen. Weiter los, Leute. Jetzt hat Dillie's Team auch nur noch drei Leben. Oh. Yannick hat auch... Yannick hat den anderen getrillt. Jetzt haben die auch nur noch zwei Leben. Mhm. Oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt ist... Ich finde, jetzt ist... Jetzt grad ist so ein bisschen der Druck weggegangen. Machschu. Das Ding ist, wir haben jetzt besseres Equipment als die. GG, meine Freunde. Nee, ohne Scheiß. Das ist jetzt... Das ist grad voll die Entlastung, weil die jetzt auch nur noch zwei Leben haben. Ja, die sind jetzt genauso vorsichtig wie wir. Ohne Scheiß. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie... Wer ist schon gestorben? Beide. Dillie'd und... Und, äh... Speric. Achso, ich dachte, Ding von Domses Team. Nee, Domser hat die getötet. Achso. Na gut, dann... Ja. Ich dachte, jetzt grad Domser wäre noch gestorben. Also der Yannick dachte ich. Aber gut. Das kann doch nicht sein. Ich hab nur noch eine Spitzsacke. Ich hab nur noch eine. Alles gut. Okay, okay, okay. Ja, meine geht halt nicht kaputt, weil er ja nicht bau. Ja, aber ich suche hier halt irgendwas... Womit man hier irgendwas... Oh, das verbrannt. YOLO. Also hier sind keine... Irgendwie muss... Also ich wollte eigentlich nur um diesen scheiß Lavasee mal rumgehen, weißt du? Um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Nein, das ist kein Strip-Mining. So die richtige Höhe dafür. Man wird doch wohl irgendwo Diamanten pinnen. Okay, wo sind wir jetzt? Hä? Geht hier kein Übergang mehr? Nee, wir sind jetzt... Mitten im See. Okay. Gut, dann mach ich hier weiter. Können wir da auch noch weiter? Hör auf, neben mir zu stehen. Ich hau dich in die Lava, ich schwör's dir. Bei unserem Glück. Oh, hier ist auch noch ein Man-Lava. Alter. Was ist denn hier überall? Ja, ich geh ja jetzt schon die ganze Zeit gesneakt. Ich brauch keine Redstone, Alter. Doch, brauchst schon. Ohne Witz, Alter. Pizze. Das hört sich so geil an bei dir. Echt, finnisch? Ja. Okay. Ich weine gleich, Alter, weil wir keine Diamanten finden. Tja, aber wir sind nicht mehr das letzte Team. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben wirklich die geilste Höhle der Welt. Okay, jetzt sind wir einmal rum. Ja, ist sehr geil. Keine Diamanten. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier für eine Kacke? Wichser, Alter. Gleich mal hier nachher bei Domse beschweren, dass der hier mal ein bisschen... Was der für ein Scheiß-Seed benutzt hat, schon wieder. Hier ist nochmal Laps-Latzuli, ich schwöre. Ich glaube, ich geh gleich nochmal rum und baue das ganze Redstone ab, weil dahinter könnten auch Diamanten sein. Ja, okay. Ich glaube, da sind auch öfter mal Diamanten. Ja, Ding, Diamanten sind ja so türkis, gell? Ja. Ich meine, alles andere wäre ja Strip-Minen, Alter. Ihr Wichser. Ich laufe dir jetzt einfach mal hinterher, wa? Ja. Bau einfach mal irgendwo ab. Ist mir scheißegal. Wir wollen nur um den Scheiß-Seed rum. Ja, aber ich hab keine Eisenspitzhacke. Mit Steinen kannst du... Da kann ich doch keinen Redstone abbauen. Aber ein normaler Sack. Ah, Mann. Aber ein normaler hat es ja hier nicht. Einen normalen Stein kannst du doch wohl abbauen. Ich hab gerade irgendwas im Hals, es tut so weh. Oh, ich weine. Ich meine, ist das wirklich so viel verlangt, dass man einmal in seinem Leben Scheiß-Diamanten findet? Ich weine gleich, ne? Okay, da ist ein Zombie. Das ist nicht normal. Ich kenn keinen Menschen, der so viel Pech in einem Spiel hat wie wir. Ja. So viel Pech haben wir jetzt auch nicht mehr. Es kann doch nicht sein, dass wir keine Diamanten finden. Das ist ja was gerade geleckt. Weißt du bei mir nicht. Es sind doch wohl irgendwo in diesem Scheiß... Ich meine, wir haben die größte Höhle von allen, weißt du? Die haben ja alle gesagt, dass sie nicht so große Höhlen gefunden haben. Und wir finden nicht einen einzigen Diamanten... Ich meine, wir können uns doch nicht so blöd anstellen, oder? Reinbar. Das kann doch nicht der Ernst sein, ich schwöre es. Lass mal nachher einen Lava-Eimer machen. Jo. Eisen haben... Obwohl, können wir theoretisch auch hier... Jetzt kannst du ein Crafting-Table machen mit deinem Holz. Jetzt gibt's überall einen dabei. Ja, nice. Dann mach ich jetzt einen Ofen. Dann mach... Dann setz dich erst mal hin. So. Dann mach ich uns einen Ofen. Und da pack ich dann... So. Soll ich auch noch Eisen reinpacken? Ne, ne. Wir brauchen ja nur so viel. Zwei Lava-Eimer reichen, ja. Soll ich ihn wieder abbauen? Also den Crafting-Table... Den Crafting-Table brauch ich nicht, ne? Gut, dann baue ich den jetzt wieder ab. Warte mal. So, geht's schneller. Hallo? Das Redstone kann mich am Arsch lecken, Alter. Den Wichser. Ich will das aber. Ach ne, ich brauch den Crafting-Table nochmal, sorry. Oh? Tschüss. Komm runter. Wichser? Ja, neben dir. Ah, Brüdi. Das ist... Bitte schön, da liegt ein Eimer für dich. Yay. Dass die auch so schlecht sind wie wir, da fällt dir ein Stein vom Herzen. Nicht, dass die so schlecht sind. Ja, ich hole mir jetzt Lava, wa? Ja. Und Wasser brauchen wir auch noch später. Ja. Aber du, damit wir jetzt schon mal einen Lava-Eimer haben, weißt du? Aber ein... Willst du ihn? Ähm, ne, ne, ich mach mir gleich selbst einen. Du kannst gleich den Crafting-Table wieder einpacken. Oh, Bixer. Ja, ich lass ihn aber lieber mal oben. Nicht, dass ich nachher noch... Ach, warte, ich mach nochmal drei, ähm... Zwei Eisen packe ich nochmal rein. Aber du kannst ihn schon mal mitnehmen. Bau ihn ab. Bin dabei. Und pack ihn bitte nicht in die Schnellliste. Pack ihn nicht... Den Lava-Eimer nicht in die Schnellliste, bitte. Ja, ich hab ihn schon rübergepackt. Nicht, dass du aus Versehen... Ja, hab ich doch gerade selber gesagt. Achso, ja, okay, Wichser. Ah, Mann, ey. Seht doch mal, wie der mir zuhört, ja? Super Team-Partner. Voll der Wichser-Team-Partner, also. Wichser. Ich heule gleich. Warum denn? Weil wir keine Dias finden? Ja. Oh. Ich hab noch ein Feuerzeug für dich, ne? Yay. Ja. Komm mit, lass langsam wieder auf den Rückweg gehen. Danke, Tön. Jo, gut. Wieder leider nur zwei Folgen Farming. So, meine Damen und Herren. Ähm. Ah! Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt. Schlechte Unterhaltung, Kartoffelsalat und... Das sah gerade geil aus. Und Penisse. Tschüss. 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 Vielen Dank.